hallo und ein herzliches willkommen zurück zu skio live wir waren hier am koppel generator dran soll hier kommen jetzt die dinge ein die trichter ich habe nur gerade festgestellt jetzt gerade in diesem moment moment mal ne warte mal wir stehen ja eigentlich eins höher ja passt doch man man ja es ist ein bisschen schwierig wenn man so umdenken muss und das ganze ein bisschen höher denken muss so hier kommen jetzt die trichter rein ihr kommt dann noch das sind da läuft die lava und das wasser drauf genau und hier machen wir einfach mal höher das ganze wird ja hier zwei hoch hier wird ja dann das wasser angesetzt hier die lava sprich es kommt noch eine etage rauf als dach und hier kommt dann ja auch ein block hin genau das hier wird obsidian damit wir uns nicht permanent weghauen und dann war es das eigentlich auch schon da kommen dann noch halbstufen hin obwohl nie doch nein vielleicht nein ja hier kommen nur halbstufen hin und nicht die steinstufen genau okay wir sollten uns erst mal trichter und so besorgen ich glaube dann wird es einfach jetzt wollte ich schon da vorne runter gleich gedanklich umgestellt dass wir bald da lang gehen so packen wir erstmal aus so dann holen wir uns die achse und die leitern wieder und kümmern uns hier wieder um die bäume dass wir die abholzen so und ich glaube dann können wir auch bald um tauschen gehen jetzt müssen wir mal gucken was wir so als erstes holen wäre eigentlich der obsidian block wäre cool und wobei obsidian reicht uns ja ähm ne lava müssen wir mal schauen und ähm und eisen eisen für die trichter für ein trichter brauchen wir fünf also brauchen wir 20 eisen oje oje ach da fahren wir uns noch ein wolf für so schmeiß setzlinge los und du hier auch dann tun wir das hier auch schon mal abernten wieder so ich glaube getreide kann man auch abgeben aber erst 64 so viel haben wir dann doch noch nicht hier ein setzling sehr schön und das gras das wächst einfach nicht oh gott das macht mich wahnsinnig so mal schauen haben wir eigentlich noch knochmehl ne haben wir natürlich nicht mehr ne kommen wir auch im moment nicht so einfach ran müssten wir kaufen und das ist dann ja irgendwie auch ja das das können wir abgeben das lassen wir mal hier das auch das können wir nicht abgeben da können wir auch nichts abgeben da auch nicht okay dann würde ich sagen bringen wir die erstmal weg das sind glaube ich fünf und dann schauen wir noch mal dann schauen wir noch mal was wir machen wo geht es jetzt hin da lang so eine leine müssten wir uns hier auch noch kaufen dass wir dann mal unsere pets auch mitnehmen können das soll wahrscheinlich am laufenden bahn von der insel fliegen so ähm monster holz 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 und das und äh getreide nein ähm pflanzen ich glaube bist du ne ja okay also fünf stück haben wir dann schauen wir mal eben was erde waren fünf stück na und genau erze brauchen wir nicht redstone auch nicht werkstoffe also ein laveeimer kostet ein und eisen auch ein was kostet denn ist das da drinnen ja ach grundgestein ist das sogar hier zwei okay nee das brauchen wir nicht und eigentlich sollte das auch obsidian sein ich glaube das muss ich nachher nochmal ändern ähm okay dann nehmen wir uns doch lava weil das ist ja viel billiger und machen uns obsidian wir haben ja eine diahacke also von dem her können wir uns das ja ein bisschen billiger machen und dann nehmen wir uns noch eisen mit oh gott das ist echt das ist heftig teuer ne so für den anfang ist das schon schon teuer so okay also wir haben hallo unseren laveeimer und wir haben einen trichter auf jeden fall das ist schon mal schön super dann machen wir uns noch ein paar stufen dann haben wir die nämlich auch schon fertig dann brauchen wir die auch nicht mehr machen ähm dann sammeln wir hier nochmal die setzlinge ein und dann schauen wir mal was machen wir denn jetzt was machen wir denn jetzt wir könnten eigentlich in der zeit wo das hier wächst wir könnten vielleicht nochmal gucken ob wir nicht noch einen zweiten großen baum aufsteigen können wir haben da noch ein bisschen erde ich meine wir haben doch jetzt auch erstmal genug birkenholz oder so stellen wir da noch einen großen hin dann haben wir zwei die hier rum wachsen können ähm was hatten wir denn da jetzt wo waren wir denn am haus ich glaube da waren wir am dach und da haben wir fichte genommen da machen wir uns doch mal ein paar dings noch treten noch und gehen jetzt noch mal ein bisschen ans haus jetzt müssen wir eh warten bis hier die bäume wachsen und so und dann können wir dann wieder herkommen wenn die bäume gewachsen sind ne axt nehmen wir mit so und hoch ähm da kann man hoch okay genau da waren wir hier am dach schon ja ja machen wir doch hier am dach weiter und dann haben wir doch unser haus dann auch schon wieder ein stückchen weiter geschafft das finde ich doch auch okay so und dann noch in die Richtung wieder also ich freue mich wirklich wenn wir es geschafft haben und dann der Koppelgenerator steht da ist das dann macht das dann richtig spaß Koppel zu fahren weil das so schnell geht dann brauchen wir nur noch den zaubertisch und und so dass wir verzaubern können und dann geht das richtig schnell mit dem steinfahren so 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 den nehmen wir auch gleich mit hier oben so und zack jetzt haben wir es auch bald geschafft das ist so ungerade ne da brauchen wir noch Halbstufen für den Abschluss dann vom Dach Aber die Treppen reichen sowieso nicht. Wir müssen also sowieso noch mal runter. Schon was gewachsen. Ah ja, da ist schon wieder ein Baum gewachsen. Sehr schön. So. Toll, zwei Stück. Na super. So, und hier drinne dann. Lassen wir mal gucken. Wo machen wir dann hier die Decke hin? Das ist eins, zwei, drei, vier. Also wäre das hier quasi. Die machen wir hier aus. Was machen wir hier unten für den Boden rein? Da würde ich dann eigentlich fast Fichte reinlegen. Das würde sagen, wir machen hier in den Fichtenboden rein. Und oben dann den Birkenboden. Dann hat man das so ein bisschen vertauscht. Und dann machen wir auch keine Treppe. Dann machen wir eine Leiter nach oben oder so. Das wäre auf jeden Fall Platz sparen. Soll hier ja eh nur ein kleines Häuschen werden. Nichts Großes. Okay. Ähm, da würde ich sagen, gehen wir doch erst mal wieder nach unten. Und kümmern uns um die Bäume. Beziehungsweise um den einen Baum. Ne? Wachslos. Die Leitern. Genau. 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 Äh, so. Und. Gut, dann können wir hier anfangen abzuwalzen. Habe ich alle? Na, ich glaube, ne? Das ist nachts immer echt, äh, blöd zu sehen hier. In den Bäumen. Ja, aber dann sollten wir jetzt ja echt demnächst, äh, das geschafft haben, den Koppelgenerator zusammenzukriegen. Unser Häuschen steht ja nun auch schon fast. Und dann, ähm, ja. Mal gucken, dass wir Erde uns so besorgen, dass wir da dekorieren können. Gerade am Wohnhaus und eben auch dann auf der, auf der, ähm, Farminsel. Zum Beispiel, dass wir da dann auch die Bäume mit drauf packen, weil dann kriegen wir vielleicht ein paar mehr große Bäume hingestellt. Dass wir da dann einfach, ja, mehr abholzen können. Den, äh, Zaubertisch würde ich dann eigentlich mit ins Wohnhaus nehmen wollen. Ähm, entweder in den Keller runter oder eben, ähm, nach oben und nicht auf die Farminsel stellen. Also es würde mir besser gefallen, den da mitzuhaben. Ähm, ja, das lassen wir alles wachsen hier erstmal noch. Und schon wieder ein bisschen was zusammen. Okay, jetzt ist aber erstmal der Part zu Ende. Und, ähm, ja, wir machen dann im nächsten weiter. Also bis denn. Ciao, ciao.